Hallo meine Lieben und schön, dass ihr mit dabei seid im heutigen Video. Heute, ich spüre es schon in mir, also ich habe schon die Wärme und mir ist schon richtig heiß, heute wird es ein bisschen feurig, heute wird es energetisierend und auch blockadensprengend. Und da könnt ihr euch das so vorstellen, das Bild vom Phönix, das ich ja auch schon mal kürzlich in dem Video hatte, wo es um das Thema Aufstieg ging. Und wir alle kennen den Phönix, dass er aus seiner verbrannten Asche emporsteigt. Aber was ist da der wahre Hintergrund bei dieser Geschichte oder bei diesem Tier? Ja, das Tier verbrennt sich selber mit dem eigenen Feuer. Und das ist für mich die Metapher für die eigene Wut. Wir verbrennen uns mit der eigenen Wut, indem wir sie nicht gelernt haben, um gesund zu leben, für uns und für andere zu nutzen, sondern wir richten sie gegen uns. Und wir verbrennen daran. Und wir sterben dadurch. Und dann liegt es aber an uns, unser inneres Feuer wieder zu entfachen, um uns mit unserem eigenen Feuer emporsteigen zu lassen. Und das ist die Geschichte des Phönix. Und da brauchen wir die Wut. Wir brauchen sie erstmal, um zu verbrennen, um zu sehen, wie wir sie nicht nutzen sollten. Und dann dürfen wir sie aber auch wieder aktivieren für unseren Aufstieg. Und die Wut in Kombination mit dem Herzen wird keinem Menschen schaden, sondern wird dir und der Menschheit dienlich sein. Und das ist aber wichtig, aus diesem Dornröschenschlaf aufzuwachen. Und ich sage auch immer so schön, diese Lalilu-Spiritualität, wie wir sie in der Vergangenheit hatten, die wird uns in Zukunft nicht helfen, weil das hat viele Opfer erzeugt. Ja, spirituelle, die am Ende ermordet oder gequält, gefoltert, sonst was wurden. Weil sie in sich die ungelebte Wut eingesperrt haben, haben sie es im Außen angezogen. Oder warum sagt man immer, es bekommen immer die falschen Menschen Krebs. Das sind immer die lieben Netten. Wieso werden die vom lieben Gott bestraft? Nein, die bestrafen sich selber. Man bestraft sich immer selber selber, weil man Trauer nicht lebt und Wut nicht lebt. Und es ist nicht nur wichtig, eben weinen zu können, den alten Schmerz zu erlösen, sondern es ist auch wichtig, alte Wut zu befreien. Und sich diese Muster, toxische Muster, bewusst zu machen, die wir uns angeeignet haben. Ja, wir laufen durch die Welt und denken, Wut ist böse. Wut ist schlecht. Das ist es aber gar nicht. Wut ist so wunderschön und wunderbar und wir brauchen dieses Gefühl. Wir müssen es nur, und viele von uns haben es einfach so deaktiviert, ne? So, ich bin ja nicht wütend, ich bin immer lieb und verständnisvoll. Das heißt nicht Wut gesund leben. Das heißt einfach, ich schlucke das immer wieder runter. Ich habe es in mir, ich tue aber nach außen so und ich wirke nach außen so, als hätte ich das Thema nicht. Ich habe ja zum Beispiel auch eine Dame in der Nachbarschaft, die hatte immer aggressive Ehemänner und hat irgendwann gesagt, nee, ich bleibe jetzt alleine, weil die sind ja alle wütend und aggressiv und schlagen mich. Und sie selber ist aber immer so, ja, mir geht es ja gut. Ja, das ist alles immer toll und ja, wie schön. Und das stimmt aber nicht. In ihr wütet es und nach außen ist alles lalilu. Und so können wir gesellschaftlich gesehen nicht weitermachen, weil so immer die falschen Menschen zu Opfer werden. Und das ist aber vielen gar nicht bewusst, weil sie sind in der Opferposition und sie leben in dieser Welt, wo ja das so ist, ja, wo ja vielleicht alle Männer andere unterdrücken, wo es nur Narzissen gibt, wo es nur gewalttätige Menschen gibt. Das ist nur die Wahrnehmung, weil man diese Menschen anzieht, weil man auch eine Lernaufgabe hat, nämlich zu lernen, Grenzen zu setzen. Und mir ging es genauso. Ich war mal an dem Punkt, auch in der Beziehung, da wurde von mir was kaputt gemacht. Und dann war noch diese Aussage, ja, du bist jetzt selber schuld. Und ich bin nicht wütend geworden. Ich hatte Verständnis für mein Gegenüber und da hätte ich aber wütend werden sollen, weil die Wut sagt, nee, du überschreitest eine Grenze, du hast was kaputt gemacht und jetzt gibst du mir die Schuld dafür. Wir brauchen die Wut, weil sie uns sagt, es wird eine Grenze überschritten. Und schaut mal, das Thema ist, ich möchte nicht in einer Welt leben, wo Menschen einander anschreien oder böse sind. Nein, ich möchte am Ende Harmonie. Ich möchte eine Gemeinschaft, wo wir liebevoll miteinander umgehen. Ich möchte aber auch, oder ich weiß auch, dass diese Gemeinschaft erst dann möglich sein wird, wenn jeder für sich, jetzt so, wie er alleine irgendwo gerade vielleicht positioniert ist, wenn jeder für sich gelernt hat, Grenzen zu setzen, den energetischen Schutz aufbaut, weil Gleiches zieht dann Gleiches an. Und diese Gemeinschaft können wir erst dann bilden, wenn jeder für sich diesen Schutz aufgebaut hat. Weil das der beste Schutz ist vor Angriffen im Außen. Wir brauchen keine Schutzsteinchen oder so. Das kann man machen, wenn es einem gut tut. Aber wir brauchen es nicht. Wir brauchen nicht die ständigen Reinigungen oder so. Wenn man sich danach fühlt, ja, dann tut es. Aber man braucht es nicht. Was wir brauchen, ist der energetische Schutz, den wir uns selber erschaffen. Man muss nicht immer irgendwie reinigen oder dann sich vorstellen, ich bin in einem goldenen Ei oder stell dir das so und so vor, du bist abgetrennt von allen. Nein, wir sind miteinander verbunden und es ist auch in Ordnung. Und Menschen spiegeln uns unsere Themen und es reicht nicht, wenn ich mich in ein goldenes Ei setze oder so und sage so, nee, hier ist alles in Ordnung. Weil dann verschließe ich die Augen, ich verschließe mein Herz und ich verschließe mich vor meiner eigenen Wut. Und es ist wichtig, dass wir alle Gefühle wieder fühlen. Den alten Schmerz in uns, die alten Verletzungen, aber auch die alte Wut und dass wir das rauslassen und erkennen, wir sind trotzdem liebenswert. Und das ist ein ganz wichtiger Faktor, weil wir uns nämlich sonst mit unserer eigenen Wut vergiften. Unser Körper wird dicker, weil sich die Wut in uns abspeichert und weil wir eine Schutzpanzer aufbauen, weil der Körper uns vor Übergriffen schützen möchte, weil wir immer das Opfer sind und andere uns mit ihrer Wut bombardieren und die nehmen wir in uns auf. Das macht uns krank. Es ist Körperverletzung. Nur es ist nicht sichtbar. Und als mir das bewusst geworden ist, bin ich auch erst mal aus allen Wolken gefallen, weil mich hat nie jemand geschlagen. Mir hat nie jemand körperliche Gewalt angetan. Und trotzdem war ich, bin ich auch immer noch teilweise, innerlich verwundet, verletzt. Ich war immer krank in der Vergangenheit. Ich habe mich immer traurig gefühlt. Ich hatte immer Essstörungen. Ich war aber von außen betrachtet heil und mir hat ja keiner was angetan. Also was hatte ich bitteschön für ein Problem? Man sieht die emotionalen Wunden nicht. Man weiß nicht, was ein böser Blick der Eltern in der Kindheit oder eine Übergriffigkeit oder anschreien, was das mit dem Kind macht. Wie man es verletzt. Körperlich auch verletzt. Das ist uns nicht bewusst. Wenn wir Kinder anschreien, verletzen wir sie körperlich. nur wir sehen es nicht. Wir nehmen es erst dann wieder wahr, wenn wir fühlen. Dann fühlen wir die Wunden der anderen, aber wir fühlen auch die eigenen Wunden. Und es ist Körperverletzung, was uns angetan wurde in der Vergangenheit. nicht nur von Vorgesetzten, von Eltern, von Erziehungsberechtigten. Und es geht nicht darum, Wut gegen Menschen zu schüren, aber es geht darum, das ins Bewusstsein zu rufen. Das nochmal zu fühlen. Was hättest du damals fühlen sollen, dürfen, müssen? Die Grenze. Die Wut, die dir sagt, da überschreitet jemand eine Grenze. Und das hatten wir als Kinder. Nur wurde uns gesagt, sei nicht wütend. Und dann haben wir diesen Mechanismus, dieses wertvolle Gefühl verloren. Und das müssen wir wieder finden, um in unsere Kraft zu kommen, um in unsere Schöpferkraft zu kommen, dass auch, gerade auch die unteren Chakren, auch das Nabelchakra, Solaplexus Chakra, dass es auch wieder arbeiten kann, dass es wieder in Schwung kommt. Und das kommt erst dann in Schwung, wenn wir aufhören, die Wut zu unterdrücken, gegen uns zu richten, in uns hinein zu essen. Und wenn wir beginnen, sie wieder zu fühlen, sie rauszulassen, auch mal im ersten Moment unbequem zu sein, auch mal zu sagen, ich bin jetzt mal wütend, wer mich jetzt nicht mehr lieb hat, so what? Und das ist es, was wir wirklich gerade in der Spiritualität lernen dürfen, mehr und mehr, dass es nicht authentisch und ehrlich ist, wenn Menschen nur immer in ihrer Liebe sind. Es ist der Urzustand und es ist der Urzustand, in dem wir zurückkehren werden. Aber es ist faktisch aktuell schwer, nur in der Liebe zu sein, weil wir hier ja auch aus Seelensicht da sind, um alle Gefühle zu erleben und zu nutzen und uns diese Gefühle zur Allliebe, zur bedingungslosen Liebe führen. Denn die Wut und die Trauer gehören genauso dazu. Das ist aber in unseren Köpfen so eingetrichtert, so ich muss immer in meiner Liebe sein, ich muss immer entspannt sein, wir atmen ein und aus und wir kommen in uns an und wir lassen alles Böse abfallen. So, jetzt bin ich in meiner Mitte. Das ist Betäubung. Bitte nicht falsch verstehen. Ich mache auch meine Herzensmeditation. Ich bin auch ein Freund der Liebe. Aber es ist nicht erstrebenswert, das als Maßstab zu nehmen oder zu sagen, das ist es immer. Das kann nicht so sein. Das spürt man bei manchen Menschen hinein, ob das wahr ist oder ob es so eine Art Betäubung ist. Das sind manchmal wie so keine echten Menschen mehr. Wisst ihr, was ich meine? Ich möchte wieder, dass wir Menschen wieder zu Leben erwachen und eben alle Gefühle annehmen, weil wir dann erst auch wirklich zu den schönen Gefühlen kommen können. Und das ist so wichtig, da eben auch nochmal die Wut nicht gegen sich zu richten. Und ich war eine Meisterin darin. Zähne knirschen, Autoimmunerkrankungen, ständige andere Krankheiten, ständige Schmerzen, ständige Bauchschmerzen, ständiges Völlegefühl. Entweder der Bauch bläht sich auf oder man baut eine Fettschicht auf als Schutzpanzer. Man schadet sich körperlich. Und dann bekommt man noch die Wut der anderen reingeballert. Ich verlinke euch auch in der Infobox meine Videos zum Thema Wut, gesund leben. Da erkläre ich das auch nochmal, Schritt für Schritt. Und das ist eben wichtig, da dieses Feuer auch wieder zu spüren. Und da darf man auch mal am Anfang auch mal seine Wut auf andere projizieren. Ja, auch natürlich ist der Mensch immer unser Spiegel. Und wenn ich einen gewalttätigen Partner habe oder einen Partner, der mich belügt oder betrügt, dann darf ich immer auch reflektieren und sagen, wo betrüge, belüge ich mich selber? Wo richte ich Wut gegen mich? Wir dürfen immer reflektieren. Aber wir müssen trotzdem kein Verständnis für den anderen haben, sondern erstmal Verständnis und Liebe für uns. Und wir dürfen auch mal sagen, er oder sie ist ein Ja, wir dürfen da auch mal schimpfen. Wir dürfen das fühlen. Das ist wichtig. Wir müssen nicht für jeden Verständnis haben. Weil aus spiritueller Seelensicht kann ich die Liebe in jedem sehen. In jedem Psychopathen kann ich, wenn ich in sein Herz gucke, in die tiefste Schicht, kann ich den göttlichen Funken erkennen. Ich kann erkennen, dass seine Seele Liebe ist. Nur die Frage ist, muss ich das? Möchte ich mit so jemandem leben, nur weil ich den göttlichen Funken in ihm erkenne? Nein, muss ich nicht. Ich kann auch mit Menschen mich zusammenschließen, die schon an ihrem göttlichen Funken dran sind, die schon eine gewisse Entwicklung hinter sich haben und eine geistige Reife. Ich kann wählen. Ich muss mich nicht für den Schmerz, für das Leid entscheiden, nur weil ich so gewohnt bin. Und häufig tun wir das, auch in Partnerschaften, dass wir unsere Grenzen überschreiten lassen, dass wir uns anschreien lassen, dass wir uns unterdrücken lassen, dass wir uns belügen lassen, betrügen, immer Verständnis haben. Weil wir den göttlichen Funken im Anderen erkennen und weil wir uns an den Schmerz gewöhnt haben. Weil wir uns daran gewöhnt haben, Schmerz ist Liebe. Und es zieht uns immer wieder zu dem Schmerz zurück und zu Menschen, die uns vielleicht unterdrücken. Und an der Stelle nochmal die Info, Schmerz klammert und Liebe lässt frei. Und wir klammern uns an den Schmerz. Wir klammern uns an materielle Dinge, wo wir Erinnerungen dran abgespeichert haben oder damit verbinden. Und wir klammern uns an den Schmerz, statt uns für die Liebe zu öffnen. Wir sollten loslassen, den Schmerz, und uns öffnen für die Liebe. Und dafür ist es aber wichtig, alles zu fühlen. Den alten Schmerz, die alten Verletzungen und die Wut. Und dann als Antrieb zu nutzen und sich die Frage zu stellen, wo möchte ich hin? Wo ist mein Platz? Wie dürfen die Menschen sein, mit denen ich meine Zeit verbringen möchte? Wie darf mein Leben sein? Was möchte ich? Weil wir da unsere Schöpferkraft nutzen dürfen. Unsere Gefühle und Gedanken, die unsere Zukunft manifestieren. Und das können wir aber erst dann, wenn wir aus dieser Betäubung aufwachen. Und wenn wir beginnen, nicht nur zu manifestieren, sondern auch das umzusetzen. Und die Manifestation funktioniert erst dann, wenn unsere Chakren auch frei sind. Wenn auch unser unser Schöpferzentrum, auch die unteren Chakren, wenn die auch arbeiten. Anders können wir nicht manifestieren. Ich kann nicht nur mit einem Herzchen manifestieren. Da gehören die anderen Sachen auch dazu. Warum sind denn so viele Menschen erfolgreich geworden, die mit verschlossenem Herzen unterwegs waren? Die haben aus der Wut manifestiert. Oh, ich habe mal gehört, ich schaffe es nicht. Ja, ich werde allen beweisen, wie ich es schaffe. So wurde erwirtschaftet. So war nur auf äußeren Wachstum vieles gerichtet. Nicht alles, ja. Aber vieles. Aus dem Ego. Aus der Wut. Ich beweise es allen, dass ich es kann. Ich beweise es allen, dass ich erfolgreich werde. Ich beweise es allen, dass ich es schaffe. Auf welche Kosten? Auf Kosten der Erde und auf Kosten der Seele. Weil wenn sich irgendwann das Herz beginnt zu öffnen, spüren die Menschen, dass da was nicht stimmt in ihrem Leben. Und dass das, was sie erschaffen und zerstört haben, aus dem Ego kam. und dann kommt erst mal der Schmerz. Die Gefühle. Was habe ich da getan? Und man darf hier das Gefühl auch annehmen. Erst mal. Und anerkennen, wo es herkommt. Wo wurde ich verletzt? Dass ich so wurde? Wer hat mich so gemacht? Und der Ursprung liegt immer in der Kindheit. Ich möchte jetzt nicht, dass jeder anfängt, seine Eltern zu hassen. Weil ich habe auch irgendwann gesagt, ich habe mich euch ausgesucht, um diese Erfahrungen zu erleben. Aber häufig nehmen wir dann Menschen in Schutz und sagen, ja, ich wollte das ja so, das ist ja meine Schuld. Nein, man darf da auch mal hier erkennen, wo es herkommt. Man darf das nochmal fühlen. die Einsamkeit, die man vielleicht hatte als Kind. Das sich alleine gelassen fühlen mit seiner Trauer. Das abgelehnt fühlen, wenn man wütend war. Die Bestrafung, die man da bekommen hat. Häufig wollen Kinder, wenn sie wütend sind, wollen sie Liebe. Dann werden sie wütend und bekommen aber keine Liebe, sondern bekommen Schimpfe. Ja, und deswegen spüre auch nochmal, wie sich das angefühlt hat. Die Ablehnung, der Schmerz in dir, die Wut, die du schlucken musstest, die Tränen, die du nachts alleine geweiht hast, weil du wusstest, mir hilft keine, mir kann ja gar keiner helfen. Vielleicht waren Menschen körperlich da, aber nicht emotional. Du hast niemals wirklich gefühlt, dass jemand an deiner Seite ist und solche Partner hast du dir auch wieder gesucht, die dir nicht das geben konnten, was du eigentlich möchtest. Emotionalen Halt. es ist nicht die körperliche Anwesenheit, die wir Menschen brauchen. Es ist das Gefühl, da ist jemand emotional für mich da, der mich liebt mit allen Gefühlen. Ich muss nicht immer perfekt sein. Ich muss nicht immer glücklich sein. Ich darf mal traurig sein. ich darf mal wütend sein. Ich darf alles sein. Das ist Liebe. Wie viele von uns denken, wenn sie einen Streit haben, oh Gott, jetzt ist alles vorbei. oder der andere wird wütend und dann so, jetzt ist es vorbei. Jetzt habe ich den verloren, weil jetzt war der wütend. Ich habe einen Fehler gemacht, es ist vorbei, Schluss, aus, finito. Viele von uns sind so konditioniert. Ja, das ist alles die Verlustangst, die da in uns steckt und aus uns spricht. Jetzt ist jemand wütend, jetzt hat er mich nicht mehr lieb. Jetzt bin ich wieder alleine. Ich opfer. Und das ist aber immer auch eine Chance, sich wieder zu öffnen und auch diese Gefühle nochmal zuzulassen. Aber eben nicht nur den Schmerz, sondern dann auch die Wut zu spüren. Wer hat mir das angetan? Man musste ich aufessen, obwohl ich keinen Hunger hatte. Wann wurde ich belohnt, weil ich was gut gemacht habe mit Essen? Wann wurde ich bestraft und habe nichts zu essen bekommen? Wann musste ich hungrig ins Bett gehen, weil ich böse war? Wir dachten in der Vergangenheit, Erziehung ist Konditionierung. So wie wir Hunde konditioniert haben. Oh, hast du was gut gemacht, kriegst du ein Leckerli. Na, warst du böse, gibt es kein Leckerli. Wir wurden konditioniert, wir wurden nicht mit Liebe erzogen, sondern mit Regeln, mit dem Verstand, mit Belohnung und Bestrafung. Und das muss man nicht, weil uns die Gefühle bestrafen. Wenn ein Kind was falsch macht und man ihm das erklärt und es sich dann schämt, ist das die Bestrafung, die Scham. Ich muss ihm nicht noch irgendwas wegnehmen, Spielzeug oder Essen als Bestrafung, weil das Gefühl das Kind bestraft. So dürfen wir erziehen, mit den Gefühlen. Aber das machen wir nicht oder haben wir nicht gemacht und deswegen wurden wir verschlossen auch. Und Eltern haben ihre Kinder nicht geöffnet für die Gefühle und erklärt so, jetzt hast du was geklaut. Mir fühlten sich das an, wenn du jemanden was wegnimmst. Wie wäre es, wenn dir jemanden was wegnehmen würde? Und dann kommt die Scham und dann ist es die Strafe. Ganz schlimmes Gefühl. Das Kind würde nicht mehr klauen, weil es die Scham spürt. Nur was machen Eltern? Sie kommen, sie schimpfen, du darfst nicht klauen, sie schreien das Kind an und es verschließt sich mehr und mehr. Bis vielleicht irgendwann die Gefühle, auch die Schamgefühle weg sind. Oder man schließt sie in sich ein. Und die Eltern wissen nicht, dass das Kind eben mit dem eigenen Gefühl bestraft wurde. Nein, es bekommen noch die Wut der Eltern. Und wenn wir dann Jahre, Jahre, Jahre voranschreiten, das nicht gelernt haben, irgendwann Krankheiten bekommen, Essstörungen, irgendwann Krebs, bösartigen Krebs. Was ist bösartiger Krebs? Unterdrückte Wut? Je nachdem, wo er sitzt. Dann sieht man die Parallele nicht mehr. Dann geht man zum Arzt und sagt, was soll ich machen? Und wieso kommt der Krebs manchmal zurück und manchmal nicht? Zufall? Wir dürfen immer bei jeder Krankheit in Zukunft lernen, zu fragen, welches Gefühl lebe ich nicht? Welches Gefühl fühle ich nicht mehr? Welches Gefühl habe ich Jahre, Jahrzehnte unterdrückt? Und von außen jeder dachte, ach, der oder diese immer lieb und nett, kann das Gefühl trotzdem in mir körperlich sich gegen mich richten, mich lähmen und krank machen. Und es ist wichtig, dass wir aus dieser Betäubung aufwachen. Und dass wir wieder alles fühlen. Den Schmerz, die Wut. Und dann aber auch lernen, richtig damit umzugehen. Damit wir uns den energetischen Schutz aufbauen. Weil wenn wir uns dann zu einer Gemeinschaft zusammenschließen, und das geht erst dann, wenn ich den Schutz habe, weil vorher kommt man nicht voran im Leben, weil jede Seele möchte selber das aus eigener Kraft schaffen Wut gesund zu leben. Dann kommen wir in eine Gemeinschaft, wo alle schon diesen energetischen Schutz haben. Wo jeder gelernt hat, mit seinen Gefühlen ins Reine zu kommen. Wo man weiß, wenn ich andere verletze, verletze ich mich. Wo wir verstanden haben, wir sind alle eins. Und wo wir uns dann in und mit Liebe verbinden, wo wir die Wut nutzen, um kreativ, schöpferisch tätig zu sein. Ich brauche die Wut dann nicht mehr, um anderen zu sagen, hey, du überschreitest eine Grenze, weil es der andere spürt. Wir leben dann in einer Gemeinschaft, in einer Welt, wo wir alle einander respektieren und lieben. Das wird so kommen, aber eben erst dann, wenn jeder für sich das verstanden hat, aus dieser Betäubung erwacht und manche Sachen einfach nicht mit sich machen lässt. Und auch nicht aus Höflichkeit. Wie viele gehen ins Restaurant, bestellen was und dann kommt es vielleicht falsch und dann sagt man, ach ja, okay, nee, ich esse das jetzt schon mal. Ist jetzt blöd, sich zu beschweren? Nein, du hast das anders bestellt. Dann sag ganz lieb und nett, ich wollte es jetzt eigentlich so haben, weil ich es so bestellt habe. Könnte man das bitte ändern? Ja, aber dann haben wir auch häufig so gelernt, beschwere dich nicht, das ist blöd. Es gibt Leute, die beschweren sich immer, weil sie immer meckern wollen. Und dann gibt es aber auch welche, die trauen sich nicht, weil sie keine Arbeit machen wollen. Und wir, sag ich jetzt mal, alle, die mit mir in Resonanz stehen, sind vielleicht eher so bei zweiteren. Oder schaut mal, ich erinnere mich auch an meine Kindheit. Ich habe häufig Sachen gegessen, also auch als Erwachsene, die gar nicht mehr so gut waren, die man wegwerfen sollte. Aber ich weiß noch auch, mein Vater, der hat dann immer so auch gesagt, wenn irgendwie was weggeworfen wurde, oh Gott, was wegwerfen, oh, ist ja schlimm. Daniel hat, oh, du hast das weggeworfen, oh. Das ist aber blöd, wenn man Essen wegwirft. Und ja, es ist blöd, wenn man Essen wegwirft. Aber ich bin auch nicht der Mülleimer. Ja, ich werfe es lieber weg, als dass ich es esse. Wieso soll ich der Mülleimer sein? Nur weil es schade ist, Essen wegzuwerfen. Ja, bevor ich mir damit Schaden zufüge, werfe ich es lieber in den Mülleimer. Wisst ihr, was ich meine? Aber ich habe dann angefangen, was zu essen, was nicht mehr so wirklich so gut war, weil, oh, es ist ja, oh, es ist schon wieder was wegwerfen. Oh, das ist aber schade. Ja, wenn es schimmlig ist, dann schmeiße ich es lieber weg, weil es ist halt einfach nicht gesund, was zu essen, wo halt Schimmel dran ist. Aber das machen wir häufig. Und irgendwann wacht man auf und denkt sich, wieso mache ich das? Wieso bin ich der Mülleimer für Essen? Und wieso bin ich der Mülleimer für die Gefühle der anderen? Wieso kommen alle zu mir, laden ihre Wut ab? Wieso kommen alle zu mir und heulen sich aus? Was glaubt ihr, was ich für Männer angezogen habe in der Vergangenheit? Ja, die mich betrogen, belogen, verarscht, sonst was haben. Und dann kamen sie am Ende angeschissen und haben gesagt, oh je, es tut so weh, der Schmerz, und ich vermisse dich. Na, was ist denn mit meinem Schmerz? Wie geht es denn mir? Das hat die gar nicht interessiert, weil die waren ja bei sich und ihrem Schmerz. Und es war für mich so normal, solche Menschen im Leben zu haben. Weil ich das nicht anders gewohnt war. Und ich immer, wenn ich Probleme hatte, heimlich in meinem Zimmerchen geweint habe. Ich habe das mit mir ausgemacht. Bis ich auch gemerkt habe, ich kann mich auch öffnen. Und ich öffne mich auch euch. Ich zeige mich weinend. Ich zeige mich emotional, energetisch. Ich zeige mich authentisch. Ich kann mich öffnen in der Öffentlichkeit. Und das sind Menschen, die das erreicht. Und die so fühlen wie ich. Ich muss das nicht alleine mit mir ausmachen. Und das ist das, was wir alle lernen dürfen, dass wir uns alle einander öffnen dürfen. Für alle Gefühle. Ihr könnt auch mal sagen, Daniela, du laberst Blödsinn. Ja, ist in Ordnung. Das stört mich nicht. Es darf auch mal jemand zu mir sagen, Daniela, ich habe keine Lust auf dich. Oder ich brauche mal eine Ruhe. Ich brauche jetzt mal Zeit für mich. Alles in Ordnung. Also auch im Bekanntenkreis. Ich werde nicht eingeschnappt. Ich nehme das nicht persönlich. Weil das nur Menschen persönlich nehmen, die eine Verletzung haben. Und da dürfen wir auch aussortieren. Wenn ihr sagt, ich habe heute keine Lust und der andere ist genervt, dann ist es nicht dein Problem, weil du hörst auf deine Bedürfnisse. Und wenn der andere wütend wird oder sagt, oh, das macht mich traurig, was mache ich ihm jetzt? Und dann sagst du ja, hast du jetzt eine Chance, mal das rauszufinden, was du gerne machen möchtest. Aber ich darf jetzt auch meine Bedürfnisse mal hören. Und das ist auch ganz, ganz wichtig und das würde ich euch noch als Übung mit an die Hand geben, wie häufig im Leben, wenn du durchs Leben gehst, die nächsten Tage und Wochen, wie oft machst du was für andere, obwohl du keine Lust hast? Wie oft isst du was, obwohl du keine Lust oder keinen Hunger hast? Wie oft isst du was, was dir gar nicht schmeckt, weil es dir vorgesetzt wird? Wie oft machst du was aus Höflichkeit? Wie oft triffst du Menschen, auf die du eigentlich schon lange keinen Bock mehr hast? Wie viele Telefonate führst du, auf die du keine Lust hast? Wo du denkst, du musst für andere da sein? Wo du denkst, du musst für andere dies oder das sein? Du musst für andere stark sein? Du musst anderen immer gute Laune geben? Ich bin auch hier für das Glücklichsein, für die Gesundheit, für die gute Laune. Aber das geht nicht ohne Wut und ohne Schmerz. Und ich kann diese Gefühle nicht wegreden. Ich kann sie nicht wegmeditieren. Ich kann sie nicht wegdenken. Nicht sonst was. Die sind da und die sind wichtig. Und unsere Seelen wollen diese Gefühle fühlen und nutzen, weil sie uns erheben und in unsere Phönix-Energie bringen. Und weil sie uns auch körperlich befreien und entlasten. Und spüre in dich hinein, wenn jemand seine Wut, seinen Schmerz, seinen Kummer auf dir abgeladen hat, wie du dich fühlst. Der andere sagt vielleicht auch, das hat jetzt gut getan, mit dir zu reden. Und du sagst ja, schön für dich. Mir geht es irgendwie gerade richtig schamse. Warum? Weil der andere einfach seinen Müll bei dir abgeladen hat. Und du das aufgesaugt hast. Und das ist nicht deine Aufgabe. Du darfst sagen, dass derjenige, der darf selber woanders hin damit. Wir dürfen einander austauschen, ins Gespräch gehen. Aber spüre immer in dich hinein, wie fühle ich mich nach dem Gespräch mit einer Person. Was macht es mit mir? Wenn sich dein Bauch schon zusammenzieht, wenn das Telefon klingelt, dann sagt dir dein Körper, was da los ist. Wenn du danach so eine schwere, so eine Völle hast oder währenddessen, dann spricht dein Körper zu dir, dass es dir nicht gut tut. Hör wieder darauf. Achte darauf. Was gibt dir Schwere und was gibt dir Leichtigkeit? Welche Menschen schimpfen die ganze Zeit nur? Und du denkst dir, ja, man kann ja mal über was reden oder schimpfen, aber nicht die ganze Zeit. Und das setzt dir Grenzen. Und sag so, es tut mir leid, du schimpfst die ganze Zeit, es tut mir nicht gut. Da dürfen wir auch lernen, wieder Klartext zu kommunizieren. Und es auch mal zu sagen, und das trauen wir uns häufig nicht, sowas zu tun. Und es ist wichtig, das dem Menschen ins Gesicht zu sagen und zu sagen, so, jetzt hast du eine Stunde geschimpft, können wir jetzt mal Themawechsel machen oder können wir jetzt was anderes machen und wenn du es nicht kannst, dann möchte ich das so nicht. Ja, weil mir das einfach nicht gut tut. Oder einfach auch mal zu sagen, du tust mir nicht gut, fertig. Und auch keine Angst davor zu haben, wenn jemand mal wütend oder aufgebracht ist. Wirklich sich auch mal trauen, Klartext zu reden und sich bewusst zu machen, die richtigen Menschen, die lieben dich auch dann, wenn du mal wütend bist, auch dann, wenn du mal traurig bist. Du musst nicht immer gute Laune haben. Du musst nicht immer perfekt aussehen und du musst nicht immer perfekt handeln. Perfektionismus ist aus dem Verstand und das ist eine Lüge. Diesen Zustand werden wir nie erreichen. Die Seele ist verspielt, witzig, kindlich, authentisch und möchte jedes Gefühl annehmen und integrieren. Auch wenn wir in unserer Essenz, wir sind ja alle Gott, wir sind alle Liebe. Wie oft habe ich schon gespürt, oh Daniela, du bist so göttlich, du bist so, fühl es. Und ich so, ja, ich fühle mich aber nicht immer göttlich, fühle mich auch manchmal einfach menschlich und total beschissen. Und das ist auch in Ordnung. Ich muss nicht lügen, ich muss nicht sagen, ich bin Gott und wir sind Gott und wir fühlen uns alle immer gut. Nein, das kann nicht sein, das muss auch nicht sein. Es gibt solche und solche Tage. Es gibt Tage, da gehe ich in die Natur und denke mir, oh, da ist eine Blume, oh, das ist so schön, oh, das ist so toll. Und dann gibt es Tage, da bin ich mal traurig und denke mir, heute fühle ich das einfach nicht. Egal, wo ich heute hingehe, ich habe meine Traurigkeit in mir und ich fühle es irgendwie nicht so. Ja, vielleicht dann ansatzweise, so, oh, schön, da ist ein Blümchen, ja, das ist schön, aber nicht so intensiv, wisst ihr? Und das ist in Ordnung und da müssen wir uns auch nicht zwingen, weil wir uns so häufig zwingen. Schaut mal auch beim Essverhalten, mein Essverhalten war immer toxisch, würde ich sagen. Ich hatte immer Essstörungen in meinem Leben lang, manchmal bewusst, manchmal unbewusst. Manchmal habe ich gehungert, dann habe ich zu viel gegessen, lange Zeit habe ich beides gemacht, dann hält sich das Gewicht auch. Wenn ich eine Woche gar nichts esse und dann fresse ich mich voll, muss wirklich fressen sagen, dann esse ich wieder ein paar Tage gar nichts, dann esse ich wieder total viel, bis ich denke ich platze. Das hält sich die Waage in der Summe. Nur die Frage ist, ist das gesund oder ist es nicht gesund? Es ist nicht gesund. Weiß der Kopf auch. Aber auch da dürfen wir uns bewusst machen, dass Gefühle involviert sind, weil die Trauer, der Schmerz lässt uns häufig hungern. Wie ist es nach einer Beziehung, wenn vielleicht einer Schluss gemacht hat, häufig essen wir nichts aus dem Schmerz, aus der Trauer oder aus dem so jetzt hunger ich, weil keine Ahnung, ich bestrafe mich jetzt auch und ich will jetzt abnehmen und wie auch immer. Und die Wut lässt uns reinessen. Und häufig ist es so ein Wechselspiel der Gefühle zwischen Trauer und Wut und dann vermischt sich das. Manchmal hungert man auch aus der Wut. Aber es ist halt so wichtig zu erkennen, dass sind Gefühle involviert. Oder häufig eben so Zwischending. Wut ist schon meistens so diese Kaubewegungen. Also aus meiner Sicht oder aus meinem Gespür heraus ist einfach so dieses Hungern, der Schmerz, die Trauer, so dieses Lethargische, dieses Nichtstun. Und Wut ist so dieses aktive, aggressive, aber eben gegen sich richten. Mit destruktivem Essverhalten oder eben auch Krankheiten. Am Ende Krebs. Und die Heilung beginnt nicht im Außen, am Körper oder am Rausschneiden. Kann man alles machen, soll man alles machen, ist alles in Ordnung. Aber die Wurzel der Ursache, also die Ursache, sind die Gefühle. Immer. Bei allem. Unser Leben, unsere materielle Welt ist aufgebaut aus unseren Gedanken und aus unseren Gefühlen. Das ist das Baumaterial der Welt und auch unserer Körper. Es ist nicht nur das Essen. Es sind nicht nur die Steine, die ich beim Hausbau aufeinandersetze. Nein, es sind auch die Gefühle, die da reinfließen. Dann haben wir mal der Bauarbeiter, denken sie so, bläh, scheiß Arbeit hier, bläh, bläh, bläh. Ja, was gibt er dann da für einen Baustoff rein? Und diese Energie wirkt genauso und da dürfen wir uns überlegen in Zukunft, wie möchte ich mein Haus erbaut haben? Von welchen Menschen? Ja, oder Wände streichen? Welche Energie gebe ich da rein? Das ist super wichtig. Beim Kochen. Beim Einrichten. Welche Energie fließt rein? Denn diese Energie wird abgespeichert und wirkt. Und diese Energie haben wir eben auch in unsere Körper aufgenommen, abgespeichert und sie wirkt auf andere. Also wenn ich die Wut in mir eingespeichert habe, wirkt es auf andere und zieht auch wütende Menschen an, die dann häufig ihre Wut auf mich projizieren. Und die Frage ist immer, möchte ich alle Bösen im Außen bekämpfen oder möchte ich einfach das Thema in mir lösen, weil es dann im Außen verschwindet? Und so würden alle Täter aussterben, wenn wir aus unserer Opferposition rausgehen. Und da brauchen wir aber auch den Antrieb und die Schöpferkraft. Ja, und deswegen ist es wichtig, aus diesem Dämmerschlaf aufzuwachen, diese Lalilu Spiritualität wieder ein bisschen Feuer zu geben, zu erkennen, jedes Gefühl ist wichtig, richtig und gut. Die Frage ist nur, wie nutze ich das? Auch Neid ist gut, ja. Wenn ich neidisch bin auf jemanden, der immer im Urlaub ist, denke ich mir, ja, Daniela, dann mach doch Urlaub. Wenn ich keinen Urlaub machen kann, dann denke ich mir, wieso habe ich mir mein Leben so kreiert, dass ich keinen Urlaub machen kann? Soll ich jetzt auf den anderen neidisch sein die ganze Zeit? Bringt mich das weiter? Nein. Bringt es mich weiter, wenn ich den Neid nutze, um für mich mal irgendwie Urlaub zu erschaffen, wie auch immer das funktionieren wird, ja, das bringt mich weiter. Aber der Neid ist erst mal das Gefühl, hey, da hat jemand was, das willst du auch und dann bekämpfst nicht im anderen, sondern versuchst es dir zu geben, was du möchtest. Da dürfen wir lernen, mit unseren Gefühlen umzugehen. Und deswegen, ja, soll es das für heute gewesen sein, lass die Energie einwirken, also da steckt auch ein bisschen Bums dahinter und du schätzt das auch nicht, ja, das ist wirklich wie, ja, es kann, wie, wie Herr Medizin, also wirklich dieses Einwirken ist für mich so, wenn man in Worte eine bestimmte Intention gibt, das ist ja so dieses Wachrütteln da auch, dann macht es was mit ein, dann kommt vielleicht auch was hoch, vielleicht ploppen so Erinnerungen auf in deiner Partnerschaft, aus deiner Kindheit, was aus der Vergangenheit, wo du plötzlich Sätze hörst, so, oh, du musst es aufessen, du musst das, du musst jetzt essen, du musst es so und so machen, du musst es so und so essen, du darfst nicht mit dem Essen spielen, du darfst alles. Wenn du Bock hast, einen Joghurt mit Fingern zu essen, dann mach es doch einfach. Ja, oder, ja, also, wisst ihr, was ich meine? Wir können alles machen, es schadet ja keinem. Und das sei mal wieder Kind, spiel damit, gib da eine gute Energie rein und beobachte, und beobachte, wann du im Leben Grenzen setzen sollst, wann du keine Lust hast, wann du was tust in deiner Freizeit, wozu du keine Lust hast. Zwing dich nicht. Und dann sei nicht immer wütend auf dich, wenn du nicht funktionierst. Sei nicht wütend auf dich, wenn du mal zu viel isst oder ungesund oder ohne Hunger zu haben. Sei mal wütend auf die, die dir das beigebracht haben. Sei nicht immer auf dich wütend. Du darfst auch mal auf andere wütend sein und musst dich nicht dafür schämen. Das ist in Ordnung. Du musst auch nicht immer alle in Schutz nehmen. Du musst nicht immer zu allen lieb sein. Das musst du nicht. Du musst es nicht. Nimm die Gefühle an, nimm sie wahr und lass sie zu. Und dann geh mit ihnen konstruktiv um. Nutze sie um für dich voranzukommen, um dich im Leben zu bewegen, zu verändern. Und schau immer zuerst auf dich, auf deine Bedürfnisse. Verbinde dich mit deinem Körper. Was braucht mein Körper? Und das passiert auch automatisch, wenn wir uns mehr mit den Gefühlen wieder verbinden. Und wenn dich was triggert, schau hin, warum triggert es mich? Versuch es nicht im anderen zu bekämpfen, aber wenn du auch mal wütend bist auf den anderen, dann sei mal wütend auf den. Sei nicht immer nur auf dich wütend. Belaste dich nicht immer selber mit deiner Wut und belaste, lass dich auch nicht von anderen immer belasten. Du spürst genau und dein Gefühl sagt dir genau, wann du mal auf jemanden auch wütend sein darfst. was sagt dir dein Gefühl? Und dann mach eine Grenze und dann ist auch wieder gut. Man kann das auch einfach normal kommunizieren mit einem gewissen, mit einer gewissen Schärfe oder mit einem gewissen, mit einer gewissen Festigkeit. Häufig verfallen wir so in dieses kleine Kind. Keine Ahnung, da rumpelt dich jemand im Supermarkt an und dann sagt, passen Sie mal auf und dann sagt man selber vielleicht so, ja, Entschuldigung, ich, mhm, mhm. Du bist wie so ein kleines Kind und so, öh. Ja, wieso redet dich der so an? Das kann doch auch mal passieren. Macht man es mit Absicht? Nein. Und so kann man das auch mal sagen und eine Grenze setzen. Was sonst nimmst du die Wut vorm Anderen auf und dein Körper macht was damit. Du möchtest dann abbauen und dann fängt man vielleicht an zu essen. Ja, oder man möchte mit dem Partner reden. Das vielleicht noch zum Abschluss. Ich habe immer so dieses, ich bin sehr kommunikationsfreudig, wie ihr vielleicht schon erkannt habt. Und wenn ich es nicht rauslassen kann, dann richte ich es gegen mich. Und häufig hatte ich das Problem auch in Partnerschaften, ich wollte reden und dann wollte der andere nicht oder konnte nicht. Und teilweise sind die auch weggelaufen. Und das kenne ich auch aus der Kindheit. Dass dann Menschen weglaufen und sagen, ich kann jetzt nicht weg. Und dann sitze ich da und denke mir, ich würde es gerne besprechen. Und dann sitze ich alleine da und denke mir, ja super, schön. Und deswegen ist auch Kommunikation so wichtig, weil eben häufig Menschen ihre Wut auf uns abladen und dann gehen die raus. Und dann kannst du auch wieder sagen, hier, ich schicke dir deine Wut zurück. Und dann kann man auch reden, auch wenn der vielleicht schon weg ist und sagen, ja hier, du hörst mich zwar nicht mehr, aber hier, die Wut, die du mir gegeben hast und das gebe ich dir zurück und ich möchte dir noch das und das sagen. Ja, ob du es jetzt hörst oder nicht, es erreicht dich energetisch. Und das kannst du immer noch im Nachhinein auch machen, wenn dich was stört. Dann schickst du das energetisch rüber und dann redest du einfach mit dir oder mit dem anderen. Oder du stellst irgendwas hin und sagst so, jetzt erkläre ich dir mal was. Nimmst irgendwas so als Menschersatz. Und dann sagst du einfach dieser Person nochmal, was du ihr vielleicht vor ein paar Jahren oder Wochen oder Tagen hättest sagen wollen. Oder man sucht nochmal den Kontakt. Und ich habe gemerkt, wirklich die Kommunikation über die Gefühle ist so wichtig, eben auch in zwischenmenschlichen Dingen. Ja, dass man sagt, ich habe jetzt das Gefühl, das Missverständnis oder du hast was im falschen Hals bekommen. Ja, dann lass uns darüber sprechen. Aber häufig geht dann jemand einfach und dann sitzt man da und denkt sich ja, hallo, was ist jetzt los? Und immer wenn sowas, also alles, was jetzt passiert, sind ja Sachen aus der Kindheit. Das passiert ja nicht zufällig, sondern es kommt jetzt auch vielleicht so Schlag auf Schlag, damit wir es jetzt nochmal ansehen und lösen können. Und dass wir sehen, wir sind nicht abhängig vom Anderen, auch wenn der nicht reden mag, dann bespricht man es mit sich selber oder eben energetisch oder man sagt so, entweder wir reden jetzt nochmal oder du lässt es sein. Und da dürfen wir wieder auch lernen, erwachsen zu werden, was wir früher nicht konnten durch die Erziehung. Und da sind viele von außen betrachtet erfolgreiche Menschen, die innerlich immer noch das kleine Kind in sich wüten haben, das manchmal ausrastet, dass die Wut vielleicht auf andere projiziert oder auf uns ablädt, dass aus dem Ego heraus Erfolg wollte. Es sind viele Menschen, die nicht gelernt haben, die Gefühle zu fühlen oder anzunehmen oder gesund zu leben. Aber das sind jetzt auch Sachen, wo gerade, wir reden auch immer von Herzöffnung und dass sich auch die Frequenz der Erde erhöht. Ja, also die Herzen werden auch automatisch geöffnet. Manche versuchen es oder die Seelen suchen sich eine Möglichkeit, schmerzhafte Trennungen, dass das wegbricht, Krankheiten, Schicksalsschläge, Unfälle, was auch immer oder dass jemand stirbt und dann wird das Herz auch aufgebrochen und dann kommt der alte Schmerz hoch. Und dann dürfen die Menschen lernen, damit umzugehen und das auch mal anzunehmen und zu fühlen, wo kommt es her und aber auch die Muster zu durchbrechen, dass man es nicht in Zukunft so weiterführt, dass man sich nicht wieder verletzen lässt, dass man sich nicht wieder so, dass man einfach diese Muster durchbricht. Und da ist jetzt die Chance. Deswegen alles, was hochkommt, ist schon der Schritt in die Heilung, nur dürfen wir wissen, lernen, damit umzugehen. Und ich spüre es auch bei mir, weil ich auch wieder in so einem transformativen Prozess bin, ja, auch mit eben Trauer und Wut und ich merke, dass es mir auch eben körperlich oder auch bei meinem Essverhalten sehr, sehr gut tut, Klartext zu reden mit manchen Menschen. Ich hatte auch zum Beispiel mal Hashimoto, das ist ja auch Kommunikation und gegen sich, sich selber zerstören, Autoimmunerkrankungen, auch Thema Kommunikation, Thema Wut, sprechen, auch mal wütend sein und dann ist es auch wieder weggegangen, weil ich gelernt habe, das zu kommunizieren. Und ich merke eben auch, wenn ich das tue, dann verändert sich mein Essverhalten. Ich esse dann nicht mehr, ohne Hunger zu haben. Und das fügt sich alles automatisch, wenn wir nicht gegen den Körper oder gegen irgendwelche destruktiven Sachen kämpfen, sondern wenn wir einfach die Ursache erkennen und lösen. Oder einfach auch mal weinen, wenn was hochkommt und sich nicht dafür zu schämen und zu erkennen, dass es eben unseren Körper mehr und mehr befreit und sich dann auch das Materielle, unser Leben und unser Körper transformieren werden. Und genau, das war, oh mein Gott, 51 Minuten, ja, so viel zum Thema Kommunikation. Ist aber ein wichtiges Thema und das war jetzt auch nochmal so eine Zusammenfassung und nochmal so ein Energieschub an alle Phönixe da draußen, die ihr mit Sicherheit schon verbrannt seid und wo es jetzt an der Zeit ist wieder für den Aufstieg und erkennt, dass ihr da die Wut braucht, um euch Antrieb zu geben, um euch aufzuerheben, um aus eurer Asche aufzuersteigen. Ihr braucht niemand anderen, ihr braucht eure Gefühle. Das ist auch noch so ein Thema. Wir denken immer, wir brauchen andere. Ich brauche jemanden, um erfolgreich zu werden. Ich brauche jemanden, um geliebt zu werden. Ich brauche jemanden, um das, ich das, das, das. Das ist alles der Verstand, das ist alles der Mangel. Das Einzige, was du brauchst, sind deine Gefühle, die du für dich nutzt und für andere dann, aber erstmal für dich. Für dich und deinen Aufschwung. Du brauchst nichts anderes, als deine Gefühle, in Kombination mit deinen Gedanken, die du nicht mehr gegen dich richtest, sondern für dich und dann löst das die richtigen Handlungen im Leben aus, damit du vorankommst. Also sei gespannt, was das in dir auslöst und dass es einwirken, kannst du es dir auch gerne mehrmals anhören. Ich glaube, da wird man immer wieder was erkennen oder rausfinden, was aktuell ist vielleicht. Und man hört ja mal das raus, was man aktuell braucht. Und das ist bei einer hier knappen Stunde schon einiges, glaube ich. Und deswegen, geht da ins Gespür, geht in eure Gefühle rein, lebt die auch mal, ohne darin zu versumpfen. Aber fühlt es einfach nochmal und dann lasst es auch in Liebe gehen und sagt so, jetzt habe ich es aufgelöst. Schreibt euch das auch gerne auf. Ja, nochmal das Thema, die Situation und verbrennt es dann auch gerne und sagt so, jetzt ist es weg. Und immer wieder, wenn es nochmal im Außen kommt, dann wisst ihr, wie ihr euch zu verhalten habt oder wie ihr euch verhalten dürft und bleibt bei euch. Bleibt immer bei euch und euren Gefühlen und Bedürfnissen und macht nichts für den anderen, wenn ihr es nicht wollt und wenn ihr es nicht von Herzen gerne macht. Ich mache nur noch Dinge, die ich von Herzen gerne mache, weil sonst bin ich danach nur wütend auf mich oder den anderen, weil ich sage, jetzt habe ich schon wieder gewolfen, jetzt habe ich schon wieder, ja, dann bin ich wütend, weil ich es nicht von Herzen gemacht habe. Wenn ich es von Herzen mache, dann geht es mir danach gut und dann weiß ich, es ist von der Seele und meine Seele wollte das und dann ist es ein schönes Gefühl danach. Deswegen, wenn du das Gefühl hast, du möchtest mal, was weiß ich, 50 Euro Trinkgeld geben, wenn es von Herzen kommt, dann mach es, weil es dein Gefühl dir sagt. Wenn du aber die Verpflichtung fühlst und sagst, ich muss jetzt ein bisschen Trinker geben und eigentlich mag ich gar kein Euro Trinker geben, dann gib gar nichts. Wenn du jemandem helfen möchtest, weil du denkst, es fühlt sich gut an, dann tue es. Wenn du aber gerade fühlst, nee, ich kann gerade nicht, möchte nicht, warum auch immer, ich habe da ein Nein, ein Inneres, so ein Widerstand, dann mach es nicht. Und wenn es der andere einfordert, bleib bei dir. Dein Gefühl sagt dir, was du zu tun hast. Und was der andere sagt, ist sein Gefühl oder sein Ego. Bleib bei dir und deinen Gefühlen und nicht beim anderen. Beim anderen, bei den anderen warst du dein Leben lang. Jetzt ist es an der Zeit, zu dir zu kommen, zu dir zu finden, zu deinen Bedürfnissen, deine Gefühle an erste Stelle zu stellen. Deine Bedürfnisse wieder kennenzulernen, um dich gesund, glücklich und auch schlank zu machen, weil das ist auch ein Nebeneffekt. In diesem Sinne darf dir wie immer völlig egal sein, was andere über dich oder dein Leben denken. Denn wichtig ist, wie du dich fühlst. Deine Bedürfnisse